Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen YouTube-Quick-Tipp. Auch dieser dreht sich wieder um eine verschollene Funktion im neuen YouTube-Design. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt noch irgendwann demnächst wieder ändert, aber auf jeden Fall ist sie jetzt weggefallen, und zwar das schnelle Zugreifen auf Gruppen, genauso wie das Erstellen von Gruppen. Früher konnte man auch hier über die YouTube-Kontoeinstellungen hier in die Reihe von Links zugreifen, unter anderem auch da, wo die benutzerdefinierten Videoplayer waren. Heutzutage ist das nicht mehr so. Und um trotzdem auf unsere Gruppen zuzugreifen, navigieren wir unseren Webbrowser zu http.doppel.doppel.slash www.youtube.com schrägstrich groups dann öffnet sich die Seite mit allen Gruppen und dann auf unsere Gruppen zuzugreifen, klicken wir hier auf meine neuen Gruppen anzeigen da sehen wir dann alle Gruppen, in denen wir uns befinden und um eine Gruppe zu erstellen, klicken wir hier auf Gruppe erstellen und auch hier kann man ganz normal, wie immer auch, eine Gruppe erstellen. Gut, und das wäre es eigentlich auch schon gewesen. Ich hoffe, wie gesagt, QuickTot hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr meine Videos abonniert, sie mit Daumen hoch bewertet und Kommentare schreibt. Wenn ihr mit Daumen runter bewertet, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Kommentar schreibt, warum ihr das gemacht habt und wir sehen uns dann beim nächsten Video.